Ich möchte euch mal was zeigen, wie genial die Simrail-KI ist. Wir sausen gerade mit 33 Minuten Verspätung durch Gora. Und der räumt hier gerade, es gab vorhin einen kleinen Zugstau, und der räumt hier einfach mal auf beiden Seiten das KI, ne? Das ist jetzt kein Spieler hier in Gora, das ist die KI. Der hat zwei Intercity-Züge auf die Seite genommen für uns. Diese KI ist genial, guckt euch das mal an. Wir sind raus schon jetzt durch, das lag daran, dass es vorhin einen Storfen-Server gab. Der nimmt die beiden ICs, wie ihr gerade seht, beide auf die Seite, auf die beiden Abstellgleise, und lässt den Fernzug durchfahren. Das war, wie gesagt, ich kann es euch nochmal zeigen, hier auf der Map, da sind wir. Das sind die beiden ICs, die beide in unsere Richtung fahren, Warschau. Und der hat die beide an die Seite geräumt. Soviel zum Thema geniale KI. Das kann die KI in Simrail, und das kann bisher noch keine KI von einem anderen Spiel. Genial!